Falsch Tobias Ich glaube ich habe einen Trick gefunden wie man mit dem Piti Leveler kann Wie? Einfach immer xxxxx drücken, dass er immer praktisch hoch geht und wieder landet Echt? Wir haben jetzt gerade 2 Leveler, ich kriege Heier Das kann sein, wir brennen hier gerade Metall und Zeug, da kriegen die auch Leveler Also was man da auf jeden Fall noch macht, oder ich mach Die holen eine ganze hohe Fleisch und die holen dafür Schimmel für die Tiere Oh, Schimmel haben wir genug Fleisch So, hast du gut gegessen? Naja Bist du fertig, oder? Naja, ich warte schon Ah ok So, müssen wir erst noch umziehen Schau umziehen Ok Ah, das Trink reicht, so Wollst du kleine Piti? Ne, bei mir Wenn du links laufst, links, 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 falsche Richtung Ah ok Also was hat bei der Drache mir aufgefallen ist, allgemein musst du echt auf Ausdauer prüfen Ja, auch Gesundheit alles, also da Naja, aber Ausdauer ist halt wichtig, weil gerade bei dem Poison und bei dem Blickfighter kannst du nicht schießen Naja Wobei, das ist ja nicht schlimm, wenn der hinsitzt, dem kann nicht viel passieren, mit dem Piti ist oft immer ärgerlicher Da hast du manchmal einen Schlag Also man kann auch zu Fuß hier rechts, dann links über diese Hupfelsteine Aber das ist natürlich nicht lustig Hey, wo bist du? Ich bin schon drin Ich bin schon drin Ja, ich weiß es nicht, wo du bist An dem Kleinen Naja Ich bin weiter vorne Ich fliege jetzt einfach mal rein und hoffe, du bist da irgendwo Du bist denn jetzt in der Höhle, oder? Ja, ja Es gibt ja zwei, wir nehmen aber immer den Höhleeingang in der Nähe Ja, ich bin jetzt hochgeflogen Der Borg Ja, ne, unter Ja, aber da gibt es bestimmt einen Höhleeingang weiter hinter Oh, ein Drache ist da Also wir müssen es über die Aktion ein Ding machen Ich seh dich, ja, ja Du siehst mich? Ja, ja Also ein Drache ist da Du musst eins weiter rechts und landen aber nicht in der Lava Wo bist du denn? Ich fliege langsam, soll ich schnell noch fliegen? Nee Ah, ich seh dich, ich bin links oben Was ist da rechts drin? Oh, zurück, zurück, da ist ein Drache Hier ist mein alter Piki Ja, aber pass auf, da ist ein Ding Ein Viech am Boden Eine Bohr Flieg, flieg, flieg Ja, ja Ich nehme meinen Drache nur Ich nehme nur kurz den Piki mit Ich hab mir auch voll Ja, der ist am Kämpfen Du musst ihn zurückpfeifen auf, auf passiv Der kämpft Jetzt kommt er Jetzt kommt er Du bringst ihn heim, oder? Ja, ja Du weißt, das ist auch ein 300er Ich komm dann schon wieder, keine Angst Was macht denn die Titan, wo war hier? Ich erkund mal ein bisschen Also was mir auffallt ist, du darfst halt echt nicht von oben mehr von dem Schluchtding rein, ohne dass der vorne rechts aufkommen kann, weil das sind so viele Eisweibern Kennst du das Höhlerloch links oben? Die kleine Mulde links oben, wenn man drin ist in der Drachenhöhle Das ist eine gute Frage, ihr müsst gucken, wieso Nee, nee, ich hol dich einer Sag's, wenn du auf dem Rückflug bist Also ich bin jetzt gerade wieder Richtung Höhle Okay Ja, jetzt sehe ich keinen Drachen mehr Das war vorher kein Drachen, wo ich gesehen habe, sondern der Piti Ja, ich glaube auch Der Piti hat nämlich auch eine ganz helle Farbe Also Drachen, ich weiß halt, wie soll der denn sein, oder was da, aber Also ich bin auf der rechten Seite Energietanke, da müsstest du mich sehen Aber hier war auch irgendwo noch eine Titanboa Naja, ich muss jetzt auch schon mal den Eingang suchen Bist du schon drin in der Höhle? Nee, nee, ich muss den Eingang suchen Weil an der Stelle, wenn du da wartest, da kann ich in alle Richtungen dann gehen, da kann ich ihn wieder rausfliegen, ob Jetzt glaube ich jetzt gerade in die Höhle rein Okay Okay Oh, puh Hast du klar waren Bist du arg weit, ne? Ich bin ganz weit vorne, ja Auf der rechten Seite Also fast da, wo es dann wieder aufgeht, die Höhle Flieg aber langsam Also Ja, ich seh dich jetzt Weiter, weiter, weiter Okay, ich seh dich Okay, musst noch Tanker Energie, oder? Ja, bisschen Okay Ah, sie haben schon noch, aber Ein paar krass kommen Okay, danke Und dann fliegst du mir nach, auf der linken Seite entlang Ich bin schnell Ich bin schnell Und dann so links hoch, wo es wieder heller wird Da ist ein Loch, da ist ein Loch, genau Und da positionierst dich, dass du jetzt gucken kannst Und ich geb dir dann Bescheid Das siehst du nämlich auch die zwei Drachennester da unten Da unten sind Nester, ja, ja Genau, und ich flieg jetzt runter, bist du bereit? Da liegen da Drachen drin, oder wie, was ist das? Was? Da liegen Drachenbabys drin, oder was ist das? Nein, Dracheneier Ach so, so viele Du hast ja auch schon eins geholt Nee, ich weiß es nicht Nee, nee Das kann auch sein, sind leer Du bleibst jetzt definitiv hier Egal was passiert Außer ich sag holen Machen wir Außer du siehst, was das ein Drache kommt Da ist ein Ei drin, ein Giftwievern Soll ich das andere auch noch plündern? Ja, ja, nimm beide mit, komm Da haben wir gleich Da ist keins drin Okay, ich flieg jetzt erstmal ein bisschen raus Naja Wenn mir nix folgt, kannst du hinterher Okay, aber das war diesmal easy Glück gehabt Komm schon hinterher Ich gucke, dass die hier jetzt in die Lava die sind Ja, das ist natürlich nicht Reinflieger Ja, sind wir mal gespannt Was wir da für Eltern haben Ich hab ne gute Nachricht Du hast auch noch ein Ei geholt, oder? Ja, so direkt wie ich bin Und was für eins raten wir? Ein Feuer Ne, ein Blitz War mir ja klar, dass du den 400er riskierst Eh, das ist also 300er Eh, wie so ein schöner Blitz Oh, wie soll denn der dringend drin? Lammfleisch So, äh, soll ich gleich anstoße zum Brater, oder? Also Brüter Also Holz hab ich, ähm, noch drin in dem O Ja, da müssen wir ab, ne, ist keins mehr drin Das hat wieder jemand runterbrennen lassen Da müssen wir ein bisschen Holz holen Ich hab noch ein Blitzweiler, aber Ah, ich hab nämlich Die Eltern haben beide 109 Ah, na, es gibt's einen 109er Wichtig ist, äh, äh, ganz schnell mit dem Biber noch los Holz holen Weil ich hab gestern zweimal mit dem Holz geholt Und ihr habt die Öfen durchbrennen lassen Ich dachte, das Ei auch hier hin wieder Die wegnei ein wenig weiter weg sind, oder? Ja, achso Da haben wir genug Holz drin Ich hol' gerade noch, ja Jaja Ah, ist gut, okay Hast du schon hingelegt, oder? Nee Können wir hier Aber nicht fressen, gell? L, L, L-Tasche Nee, nee L2 Ich hab's gestern auch nicht gefressen Also das sind die Eltern Uh, Giftwiefern Beide Eltern 320er Okay, das wird geil Das wird wieder Tolles Ding Guck und jetzt guck öfter ein drauf Siehst du da irgendwo das Level, was es wird Das 116 ist dein Level Achso, er fallen gelassen von Kreyungs Level 116 Wieso hauscht du mir jetzt eine? Das ist kapiert Ja gut, Level 190 ist ja auch nicht schlecht Beide Eltern Level 190 Jetzt kann ich schon noch sagen, er kann sich's raussuchen Ja, vielleicht haben wir noch Glück, dass aus dem 320er Zwillinge kommen Können da Zwillinge rauskommen Können rauskommen Ich glaub sogar Drillinge Und er kommt bei meinen Vierlinge Aha Ja Ja, dann weiß ich was zu tun ist Aber wenn ihr jetzt mir legt, jetzt haben wir drei drei Da, ich brüte mir nur zwei aus Ein, der Satan